Siemens errichtet zurzeit in Ägypten die leistungsstärksten Gaskraftwerke der Welt. Projektpartner für die gesamte Logistik ist die LPL Group. Wir organisieren und koordinieren alle Lieferungen von Equipment und Material aus der ganzen Welt zu den beiden Kraftwerken in Beni Suev und New Capital. We make the impossible possible. Wir haben noch weitere Probleme, die ich vorher nicht wusste. Ihr Team sagt etwas anderes, Sie sagt etwas anderes. Wir brauchen diese Trailer, um die Cargo in Ihres Porten zu laden. Wir bringen Modules von China und Südkorea nach Adabie und Sokna. Es ist nicht weit von Sokna Porten nach New Capital, aber es dauert ein paar Stunden, um es hier zu bekommen. Wir müssen schnell gehen, wie möglich, um die Modules zu erzeugen. Und wieder zurück, um die nächsten Modules zu laden. Die Trojan ist eine sehr spezielle Trailer, denn es hat das gleiche Kraft als zwei normalen Trailer. Und es ist möglich, um es mit mehr Cargo zu laden als andere Trailer. Und es ist ein bisschen schwierig, weil die Trailer hier ist ein bisschen anders. Ich habe nie Angst, denn ich versuche, in der besseren Form zu fahren. Die wichtigste Frage für mich ist, dass ich sicher bin und zu fahren. Every day gibt es neue, schwierige Probleme, wie Sie heute sehen. Wir haben eine Straße verabschiedet, geblieben und müssen lange warten und versuchen, zu passen. Das ist ein Beispiel für jeden Tag in diesem Projekt, weil jeden Tag hier ein Sprecher ist. Und wir, zusammen mit LPL, lösen die Probleme jeden Tag, um mit dem Projekt zu führen. Nachdem der Schraubung des Vessels hatten wir ein Problem mit einem Trailer. Aber wir haben unsere Pläne verändert, um mit dem Siemens-Kontrakt zu sein. Und zusammen mit unserem Team lösen wir das Problem und geben alle Modelle auf Zeit. Die Zusammenarbeit in so einem Projekt und bei der Menge an Material, die hier bewegt werden muss, ist außerordentlich wichtig. Unsere Erfahrung, die wir bisher gesammelt haben mit LPL, ist, dass wir einen stabilen Prozess haben und die Lieferungen gemäß Termin auf die Baustellen kommen. Wir haben alles verabschiedet. Und Sie können jetzt sehen, dass wir unsere Arbeit getan haben, in einer richtigen Weise. Das ist der erste Block, das ist bereits fertig und fertig. Und da haben wir die Turbine und die Generator. So folgen mir, ich zeige es Ihnen. So folgen wir, wir versuchen zu den Mitgliedstädternatten und Kontika und Anschlussilden Israel zusammenzud sust unterstützen. die, 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 die und dieтивung gerendete Zahlung ablächt, kommung auf die Luft, dageatbeln und eine unsere bondlosung. Termin die Luftschätze in der Saiactionquartersmana. Vielen Dank.